Beim Powerplate-Training erreichen Sie annähernd 100% aller Muskelfasern in allen Muskelgruppen. Maximalkraft und Kraftausdauer steigen deutlich an. Zellulite und Kosmetik Massagen auf der Powerplate lösen Verklebungen, brechen Fettzellen auf und führen zu einer besseren Mobilität der Gewebeschichten. Der Abbau von Zellulite, verbunden mit dem Neuaufbau des Bindegewebes, verbessert das Hautbild nachhaltig. Selbst die Gesichtsmuskulatur wird trainiert und Kollagenfasern werden eingelagert. Enorme Zeitersparnis Durch die gleichzeitige Stimulation vieler Muskelbereiche erreichen Sie in nur 10 Minuten den gleichen Trainingseffekt wie in langem, anstrengendem Training. Erhöhung der Beweglichkeit Starke Durchblutung, Erwärmung und der Sehnen-Dehn-Reflex sorgen für eine Freigade von Elastizitätsreserven und lösen Verspannungen. Mehr Kondition Mehr Kondition Somit wird somit auch das Herz stärker aktiviert und dadurch leistungsfähiger. Aktivierung der Blutzirkulation Beim Powerplate pumpt der Muskel Blut bis zu 50 Mal pro Sekunde bis in die kleinsten Gefäße. Dadurch werden Brennstoffe schneller geliefert und Abfallstoffe schneller abgeführt. Damit verbunden ist eine schnellere Regeneration. Verbesserung der Koordination Gleichzeitige Stimulierung der Rezeptoren im ganzen Körper verbessert die inter- und intramuskuläre Koordination. Außerdem werden Reaktion und Gleichgewichtssinn trainiert und verbessern sich sofort.